Zurück im Irrenhaus mit uns bei dem David und Ado. Hallihallo. Und wir sind noch keinen Schritt weiter. Außer dass Ado, ich sehe, du komm mal rüber endlich. Äh, wenn ich schaffe. Äh, nicht. Das ist das gleiche Problem wie eben, mein Freund. Machst du das extra? Ja, weil das Portal woanders steht. Jetzt kommst du durch. Jetzt. Das kiehe mein Leben. Ich bin zu hoch, zu hoch, viel zu hoch. Egal, komm. Siehst du? So. Ach, das war es schon. Oh, warte, hier stehen ja noch welche. Oh, das ist natürlich... Äh. Da wird ja mal die Kugeln gebraucht. Hm. Äh, auch nicht. Da kommen wir definitiv nicht dran vorbei. Ohne zu sterben. Oder? Oh. Komm, 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 komm. Ob das so gewollt oder weiß ich nicht. Komm, schnell weg, schnell weg. Ich glaube, das war nicht so gewollt. Das war knapp. Das war nicht knapp. Das war alles so geplant und berechnet. Nicht? Natürlich. Natürlich, natürlich. Natürlich. Wir sind die besten Forschungsobjekte der Welt. Objekte trifft es eigentlich auch am meisten. Wir sind die besten Objekte. Ja. Oder nicht? Subjekte, Objekt, Prädikat. Oh, war das früher in Zeiten. Wir werden euch wohl erneut auseinandersetzen. Das haben wir schon wieder so ewig. Uaaaaaah. Wallshit. Ja nö, komm, hier machen wir jetzt aus. Ich hab den Bock, wenn ich das sehe. Wir sollen eine Sicherheits-DVD einlegen. Zur Sicherheit. Zur Sicherheit. Die Sicherheits-DVD. Ja. Der geht da nicht durch. Geh mir oben rüber. Meine Idee war gar nicht so doof. Wieso, wo bist denn du? Ich glaube, ich kann sie dir nicht geben. Nee. Kommst du nie dran? Nee, da ist ja das Ding davor. Wie sollten da durchkommen? Aber hier durch geht's auch nicht. Und ist auch an. Aber geht's auch nicht? Talflächen ist hier die eine. Doch, da. Oh. Störung. Warte, ich kann sie annehmen. Ja. Irgendwie. Okay. Das heißt. Da rein. Da rein? Oh ja. So. Interessant. Aha. Wir werden beschossen. Eine Ballfabrik. Wir sind bei der FIFA WM. Wie aus dem Weg. Komisches Ding. Knopf drücken. Immer gut. Online. Ah, und dann geht die Wand hoch, oder? Hey. Vielleicht? Nee. Hä? Was wirst denn du hier? Da müssen wir irgendwie erst mal raufkommen. Und dann drückt einer ein Knopf und derjenige geht hoch. Aber die Strahlen sind ja dann deaktiviert, wenn die hochgehen. Ich komme ja aber nicht hoch. Die Strahlen sind deaktiviert, wenn die hochgehen. Nö. Hier ist auch ein Portal. Ja, jetzt ist es deaktiviert. Ich kann ganz oben an die Wand. Kann ich Portale machen. An die Decke, nicht an die Wand. Sodass die Kugel eventuell darüber fliegt. Wo fliegt denn die lang? Das passt natürlich mal so gar nicht. Pass mal auf. Oh. Ist das Jesus? Guck mal, die ist genau durchgeflogen. Pass auf. Guck mal. Oben. Meins. Zack. Bei dir. Aber geil. Aber ich glaube, da brauchen wir die Kugel nicht. Äh, du musst woanders hin. Äh, mein blaues muss woanders hin. Aber ich kann nirgendwo anders hin. Äh. Kann die auch nicht auffangen. Das ist viel zu weit weg. Du müsstest... Ah, ich sehe schon. Alles klar. Was denn? Ah. Da wäre ich auch drauf gekommen. Jetzt hast du es verpasst. Oder auch nicht. Jetzt ist es. Jetzt ist es nicht gedacht. Ich auch nicht. Tröpfe. 2, 2, 1. Hau ab. Boah. Er ist da. Ich wollte mich nicht immer vordringen. So, hier. Zack. Ich will da hin. Ich springe mal ne Runde. Boah. Alter. Hast du gemacht? Ich bin wie viel bekloppt gesprungen. Nimm nicht mein Portal. Nein. Warte mal. So richtig nervige Vogelformen. Ich höre den. Das ist für ne Aufnahme immer super. Das trägt so Atmosphäre bei. Wo ist denn der Strahl? Ich hab das falsch Portal genommen. Okay. Das bringt nicht mehr zu viel. Bist du denn so gesprungen? Oh. Alles Klärchen. Äh. Wo ist es? Das musst du nicht verstehen. Das ist nicht wichtig. Wo bist denn du jetzt? Bist du gesprungen? Hast du dich selbst verreckt? Nein. Das sah nur so aus. Das ist schön. Wo brauchen wir den Strahl? Ein Klu. Ich weiß, glaube ich. Nein, weiß ich nicht. Okay, dann komm ich ja. Ja, doch. Geh, geh, geh da weg. Kommst du nicht durch? Nein. Du bist zu dick. So. Bin ich schon mal hier oben. Ich komm mal mit. Dann muss ich meine Portale ja bestimmt machen. Warte, warte, warte. Dann hier, glaube ich, bei 1. Einfach runter. Ich glaube, oh ne, der kommt auch so hin. Wollen nicht runter. Zwei müssen wir da drüben runterspringen. Aber genau unter uns. Ja, guck mal. Wir müssen gleichzeitig, du musst deinen Strahl jetzt auf die 1 einschießen, dass wir beide gleichzeitig runterknallen. Wir brauchen den Strahl danach nicht mehr, ja? Ich hoffe. Warte, muss ich gerade gucken. Schieß erst den Quer da hinten an, der ist schwerer zu zählen und dann unter dir. Der war echt gut. Nicht schlecht. Der war nicht schlecht, ja. So, DVD. Komm her. Steck sie da rein. Oh, zack. Auf. in kürze fährt das wort bla fort- unut dit Obwohl ihr einmal eine Zahl anstelle von Bla hört, ignoriert es. Dies ist ganz und gar unwichtig. Bla 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 Warum teilt die uns denn immer? Das fand ich am beiden Portal-Spielen super geil. Die Computer-Stimme ist einfach nur Porno Ja was die auch so w coisas so... Gags machen, Gags machen im Let's Play. Ach mein Gott, man spielt zum Spaß, so geht es mir. Und da ist es doch recht, dass die gerade immer ein Ding nach dem anderen raus haut, wo man lachen muss. Aber die schafft es doch immer wieder, ne? Brückenschlag. Eure Kerne demontieren. In die Taschenrechner. Alter. Aber ihr seid ein echtes Team geworden. Richtig nahe gekommen seid ihr euch. Oh, komm her. Hä? Komm her. Ja, ist ja fein. Ja, ist ja fein. Oh, komm einmal noch. Alter. Alter, Junge. Jetzt reicht's. Lass mich in Ruhe. Oh, das war so klar. Ich trete in die Nüsschen, die nicht vorhanden sind. Oh, guck mal, da unten geht's weiter. Das war jetzt überhaupt nicht offensichtlich. Nö. Transportschächte. So. Geh weg. Du hast deine eigene Bumskammer da. Bumskammer? Hast du mich schon verstanden? Alleine eine Bumskammer haben. Das funktioniert von der Logik her schon nicht. Ja. Verstehst du? Ja? Äh. Äh. Ja. Ja. Halt den Mund. So. Geht da schon wieder eine Eins? Wie oft wir bei der Eins ankommen? Wir sind die Nummer 1. Ach so. Was ist das jetzt hier? Ah. Wohl die Schwerkraft und so. Warte da rein. Ja, bring dich um. Bring dich einfach um. Ich wollte da drauf springen. Also da rein springen meine ich. Ach man kann hier drin gar nicht gehen. Hast du da drauf gesprungen? Ja, du hättest mal deine Portale. Nee, nee, da fliegt man nur. Guck mal, da hinten jetzt oben. Siehst du da links oben? Ja. Ja, push the button. Attent. Ach, Schalter. Ich glaube, es ist gar nicht so klug, dass wir beide hier sind, oder? Doch. Einer muss rüber jetzt. Alles gut. Ja, das habe ich noch geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Das ist es. Ah. Was hast du denn? Wenn ich runter springe, wahrscheinlich wird die Brücke weggehen. Nicht so schlimm. Ach so, ich hätte hier noch einen machen können. I'm so sorry. Ja. Jetzt müssen wir da beide von vorne, oder was? Nö, ich bin hier hinten noch. Du machst das schon. Ja, ich brauche dich aber trotzdem wegen... Ah, jetzt geht's. Alles klar. So. Ich habe ja die Portale nicht weggemacht. Besser ist das für dich. Freund hier. Pass auf rumzuholen. Freund hier. Aber wenn du deine Portale wegmachst, dann... Oh, mach doch mal schneller. Geht nicht, ich kann mich nicht bewegen. Hopp, hopp. Wir werden in die Tür... Was ist das? Ich komme nicht... Scheiße. Ah, geduckt geht's. Oh, hier kommt... Wie schwer ist das zum Ende? Nein, doch nicht. Sag mal, wie schnell geht denn das hier? Ähm. Äh. Wollte nicht was jetzt passieren? Ah, okay. Ach schon, wir haben es gerade tot gemacht. Ja, wenn wir jetzt alle Komponenten zusammen machen, ne? Dann wird das ziemlich kompliziert. Wie alle Komponenten zusammen? Oh. Weil bisher ist glaube ich immer so eine kleine Erklärung von jedem. Äh, wie war es? So, wer sich den Test genauer ansieht, nach sofort, wer hier der eigentliche Held ist. Hi. War klar. Wollt ihr nur zeigen, wie es nicht geht? Du war blöd genug, in deine Falle zu tappen. Da muss nur einer rein, glaube ich. Sonst verschwindet dein Portal. So. Ähm. Müsste ja, theoretisch. Oh, jetzt ist eine Kugel. Mach dein Portal mal weg, bitte. Ähm. Geht? Hier. Ah, warte. Äh, ich sehe leider nichts, ne? Nee, ist mir klar. Soll ich den Portal machen? Du kannst, wie gesagt, auf Tab gucken. Guck mal auf Tab. Also ich hab... Siehst du mich? Nee. Ja, genau. Ich sehe dich nicht. Ach, jetzt ist der Tab, ja. Jetzt sehe ich dich, ja. Wenn du eine andere Wand baust, sag Bescheid. Ah, okay. Dann kommst du, legst ihn oben rein. Nee, jetzt kommst du erstmal wieder runter. Und dann machst du deine Portale. Nee, der Ball, der Ball kommt jetzt. Zu dir. Warte. Hä, wo ist er? Ja, er kommt. Hä? Nee? Ich hab hier kein Portal bei mir. Kommst du da irgendwie in deiner Weise rein? Jetzt weiß ich, was gemeint ist. Warte. Jetzt ist er weg. Ähm. Ähm. Das bringt dir nix. Das bringt dir nix. Ja, der Ballmacher geht's weg. Ja, hol ihn dir mal zurück, den Ball erstmal, ja. Nee, warte mal. Behalt den Ball mal oben. Und jetzt machst du ihn... Warte, mein Portal ist grad kacke, wenn... Du musst ja schon da rüber. Hm. Also ich kann hier drin nicht viel mehr machen als das. Ja, warte mal. Hast du den Ball bei dir? Ja. Wenn ich da irgendwie ein Portal mache, bringt's dir gar nix, oder? Äh. Nee. Ich hab grad echt den Überblick nicht von hier. Ja, hier unten ist bloß das eine Ding. Das Portal. Das... Um das zu machen, mehr nicht. Ach, der Schalter da überhaupt. Schalter wahrscheinlich den Ball, wa? Nee, bei dir der Button, mein ich. Oh, hier ist was aufgegangen. Äh. Ah. Strahl. Hilft der Strahl dir jetzt? Geht er durch? Nee, ne? Wirklich. Warte, da drunter ist Wasser, oder? Ja, das Wasser. Beim... Äh. Doch, du hast am Ball. Ich hab mich da rüber geschmissen. So, da liegt er jetzt drauf. Ja, und jetzt? Jetzt müsstest du hier runterkommen und mir helfen hier unten. Und dann geht die Tür auf. Ja, komm runter. Okay. Pass auf. So, da oben ist ein... Wie sehr? Nee, ist leider keine Portalfläche. So. Jetzt müssen wir bloß den da einmal reinkriegen. Äh. Nach dem Ball, ne? Ja. So, oben reinlegen. Krieg auch nix. Ist ja da eine Wand. Warte mal. Ja. Wenn da und da ein Portal ist, der von da drin müsste... Kann der nicht in Strahle reinlegen? Nein, kann er nicht. Warte mal. Ja, eben. Aber nicht. Macht er aber... Ja, wieso macht er das denn nicht? Warum geht er nicht durch mein Portal? Nicht die perfekte Höhe, warte mal. Ich probiere es nochmal. Der trifft eigentlich genau drauf. Ich gucke nochmal. Was denn? Jetzt. Ach, jetzt. Jetzt haben wir aber trotzdem das Problem, dass wir den Ball erstmal reinkriegen müssen. Korrekt. Das heißt, ich hätte... Nee, warte. Jetzt musst du wieder hoch. Wie gesagt, wenn du reingehst, verlierst du dann dein Portal. Und den Ball. Gute wäre, wenn ich noch drinnen wäre. Der Ball muss hoch. Aber dann hätte ich die Portale nicht. Und du brauchst zwei Stück, um den Weg da zu machen, oder? Ja. Gelbe und das rote da. Wobei kannst du von da oben nicht hier runterschießen auf den unten? Nee, ne? Nee, ich sehe schon, da ist ein Fenster. Ah, ja. Warte, warte, warte. Scheibenhüse. Wobei, man kann doch hier springen. Pass mal auf. Oh, what? Oh, oh. Scheiße, nicht weit genug. Ball weg. Ball weg. Entschuldigung. Ähm. Ja, warte, 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 warte. Ich muss dich, glaube ich, auf den... Achso, ich muss dir erstmal hoch. Ich muss ja springen erstmal, ja. Springen. Springen hinter dir. Hinter dir, springen. Ach, oh Mensch, ich vergesse das Katapult immer. Das war fast drüber weg. Meister. Tu, nicht ich. Das Fenster hier geht, glaube ich, echt nur auf, damit ich den Ball da durchschmeiße, oder? Wüsste ich da jetzt nicht, warum das Fenster hier aufgehen sollte. Aber ich kann von hier aus da ran schießen. Das muss ja irgendwas zu bedeuten haben. Vielleicht komme ich auf die andere Seite nicht. Ich kann auch auf keinen Fall an das Laserding da unten schießen. Das, ähm... Wo dein gelbes Portal ist. Hm. Puh, 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 puh. Ich kann von hier aus nur da am Portal machen, das... Wenn ich den Ball einfach... Warte, ich muss mich hier rüber katapultieren. Hä? Wo? Wo ist... ... im Ball? Ja. Also jederzeit den neuen holen da oben, ne? Ja. Hä, was meinst du denn du? Soll ich den Strahl mal weg machen? Ne, ich... Ähm... Ne, ne, ich blick's nicht. Ich, ich blick's nicht. Selbst wenn ich mich... Ne, das wäre nichts anderes wie normal. Karl, da oben kann ich da immer hinschießen. Also der Raum hier, hier oben, ist eigentlich doch nur für den Ball, oder nicht? Ich meine, ich hab hier ja diese Portalfläche noch, aber... Was bringt die? Genau, da kannst du auch hinschießen. Also, hast du den Ball noch? Ja, ja. Man braucht da oben keinen Menschen drin. Ja, aber der Ball muss doch da oben irgendwie dazwischen. Wenn du durchspringst, deine Portale ja weg? Ja. Und das Problem ist, nur wenn ich oben bin, kriege ich halt das Lieder nicht hin, ne? Dann rufst du die, ähm... Dann mach ich die da oben. Und du nimmst... Warte mal. Mach ich so. Und du nimmst dir das andere. Dass du jetzt hochkommst, vielleicht hilft das schon. So. Ne, eben nicht. Weil genau das Portal krieg ich nicht von da oben aus hin. Da drauf, das. Der Ball da rein. Warte mal so vielleicht, wenn ich dir dann den Ball... Ne, du kommst den Ball ja nicht bis dahin. Ne, das wird nix. Knifflig, nervig irgendwie gerade. Ich check's grad voll nicht. Ähm. Warte mal, warte mal, warte mal. Hm. Bist du mich irgendwie in den Raum? Ich dich im Raum? Wie denn? Ne, ne. Ich werd auf jeden Fall so'n scheiß Ding durchschreiten. Dann sind alle weg. Es ist nervig, wenn man nicht weiterkommt. Darf ich da oben mal gucken gehen? Was denn? Ich möchte mal oben gucken. Vielleicht hab ich nur einen anderen Blick. Ja, ich hab'n andern Blick von da oben. So, es sah ganz, äh, graziös aus. Du kriegst ne, äh, 7,1. Danke, Höhe, 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 Höhe. An der Wandhöhe hat er, ja, nochmal, noch ein Stück und dann haben wir es. Süß, danke. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Lass das die Wand zu? Wir haben keine Chance. Also, ich würd da mit reinkommen, aber, äh... Wenn wir jetzt mal... Mach dein Portal nochmal höher, bitte. So hoch du kannst. Ähm, mach nochmal niedriger. Ich spring mal rein und wenn ich in dein Portal bin, schieß dich oben rüber. So, jetzt bin ich drin. Mach mal höher. So hoch du kannst. Okay. Super. Höher geht nicht. Jetzt mach mal deine Portale unten. An der Wand. Wohin? Na, hier, äh, an der Wand da, um den Stein rüber, den Stahl, Dings rüber zu bringen. Da oben, an der Zwischenwand. Genau. So, dass der durchkommt. Der Strahl ist durch. Wie kriegst du den... Ach, einen neuen Ball. Oh. Nein, nicht einen neuen... Ja, das auch. Aber ganz ehrlich, ich hab mich hochgeschwebt und von oben runter geschossen. Guck mal, wo mein Portal ist. Mein Grün ist da unten. Aber jetzt... Wie komm ich jetzt wieder raus? Geh unten durch, mach die Tür auf. Das geht nur zusammen, ne? Hä? Kann ich die Tür aufmachen? Wie komm ich denn jetzt wieder raus? Du musst, du musst definitiv wieder mit runter. Ja, meine Portale sind da jetzt egal, ne? Ne. Und vor allem, wir dürfen die Portale nicht lösen, sonst fällt der Ball runter. Also, der ist da jetzt nicht verankert, der schwebt da nur. Ich teste es mal. Ich komme runter. Ja. Deckware. Wie soll denn das gehen? Wohl hätte ich dann... ...wär vielleicht gegangen. Was? Ich geh nochmal runter. Wenn ich dann mein, äh... Mach nochmal deine Portale, bitte. So, und auch schön lassen. Weil wenn ich jetzt hier oben bin, so auf der Höhe, wo ich jetzt fliege, kann ich... Wenn ich mich noch ein bisschen weiter rechts sehe, wo ich fast rausfliege, kann ich unten das Portal schießen. Siehst? Das ist vielleicht sogar so gedacht. Mhm. Hoffe ich. Falls nicht. Das jetzt so machen. So. Und jetzt? Bällchen. Bällchen? Warte. Ja, dann machst du dein Portal wieder weg. Genau. Und ich mach's da unten. Und dann machst du dein Strahl von unten. Das ist der Plan. Da! Sie dürfen austreten. Das nenne ich mal ein erfolgreiches Serienende. Ja, nach all dem. Ausgezeichnet. Ja, liebe Leute, liebe Freunde, liebe Irren. Was eine Scheiße. Fazit. Fazit. Wir waren gut. Wir waren wirklich gut. So, boah. Ich meine, kannst du wahrscheinlich die Folge dann Facepalm nennen oder so. Die Folge nenne ich... Die nenne ich Arschgeige. So. Jo, liebe Leute, dann sagen wir mal tschüssi. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Rundchen. Macht's gut. 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 Vielen Dank.